Liebe Freundinnen und Freunde, etwas später als sonst, jetzt kommt das Video zur Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Viele verschiedene Themen, ganz spannend, sicherlich die Generaldebatte zu 70 Jahre deutsches Grundgesetz, da bin ich sehr gespannt auf die Beiträge. Dann ein weiteres wichtiges Anliegen, das wir selber auf die Tagesordnung gesetzt haben, Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei der Post. Hier liegen uns insbesondere die Arbeitsbedingungen für die zahlreichen Paketbotinnen und Boten und Postzustellerinnen und Zusteller am Herzen. Dann rede ich selber zu zwei Themen. Einmal zu dem Regierungsentwurf zur Anhebung der Betreuervergütung. Da haben wir keine generelle Kritik an der Anhebung, sondern wir haben Kritik im Detail, werden aber trotzdem diesem Gesetzentwurf zustimmen, trotz unserer Bedenken. Dann habe ich eine weitere Rede zu dem Thema Fixierungen bei Freiheitsentziehungen. Da geht es insbesondere darum, wenn jemand in einer psychiatrischen Einrichtung sich aufhalten muss und inwieweit es dort im Grundrechtsbereich Einschnitte geben darf, indem er fixiert, also teilweise gefesselt wird. Ein wichtiges Thema. Dann haben wir ein weiteres Thema, mit dem wir uns befassen, das ist die Frage der Rüstungsexporte. Wir treten als Linke konsequent für eine friedliche Außenpolitik und für eine Reduzierung der Rüstungsexporte bis zu null ein. Dafür kämpfen wir und die Statistiken weisen aus, dass Deutschland entgegen der Beteuerung der Regierung auch bei den Rüstungsexporten ganz vorne mitwischt. Eine spannende Woche. Bitte nehmt teil daran. Ich werde sicherlich zwischendurch Gelegenheit finden, auch nochmal ein kleines Video nachzuschieben, um vielleicht nochmal aktuelle Entwicklungen aufzugreifen. Vielen Dank und bis bald.